schlechtestenfalls zweiter und jetzt das ist keine abfahrt 1 27 15 mitgenommen ja ausgebaut jetzt hat er noch eine sekunde und was passiert jetzt hier es ist in jedem fall ein sensationelles ergebnis wird es wieder eine oder macho hat das bleibt er ist sich seines vorsprungsbewusst also das ist nicht ja naja das geht es wird der 29 26 28 hundertstel auf einem perfekt fahrenden kinder noch rausgeholt die oder macho und der hat trick ein sensationeller zweiter mit dem hätte wohl kaum wer gerechnet